Na nü? Was ist denn da jetzt passiert? Da oben ist übrigens noch ein Chamäleon oder was? Ich geh mal ganz kurz nach draußen, ich will mal gucken... Was heißt denn das? Toni! Vorsicht! Alarm! Lebensgefahr! Ich rette dich, ich helfe dir, ich kann... Ich muss weg. Das sag ich schon seit Jahren. Aber du bist immer noch da. Ja, na gut, hat ja nicht so viel gebracht mit der... Sprengung, dann bimmeln die Alarmknöpfe. Na gut, das wird später bestimmt noch ein Rätsel oder irgendwas. Dann lassen wir das jetzt erstmal. Und gucken mal in die Kneipe. Ah, Rufus. Ich dachte, du seist auf dem Weg nach Elysium. Bist du zurückgekommen, um deine Schulden bei mir zu begleichen? Oh, das... Hör mal, Lonzo. Ich hätte es noch gemacht. Aber so ein Fluchtapparat zu bauen kostet viel Zeit und... Lass gut sein, Rufus. Es hat hier doch eh niemand damit gerechnet, dass du es schaffst. Na super, danke. Na, immerhin waren wir schon auf dem Raumschiff. Lörre. Das Einzige, was es auf diesem Planeten zu trinken gibt. Hm, mach, von wegen. Zum Glück bin ich immun gegen Werbung. So, und jetzt ein Steak. Oh, jetzt ein Steak. Mmh, nom 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 nom. Ja, ich geh auch immer in die Kneipe und klaue genau neben dem Besitzer die Sachen. Das ist auf jeden Fall das Gesündeste, was man machen kann, vor allen Dingen, wenn man noch Schulden in der Bar hat. Na, klar. Als könnte man mit dem Pfeil tatsächlich die Scheibe treffen. Probieren wir es doch mal aus. Dart-Pfeil. Dart-Vader. Äh... Hallo? Hallo? Wirf doch mal. Nicht... Was? Da war grad noch was. Da war grad noch was. Irgendwas war da doch wahrscheinlich zur Gasse. Okay. Können wir hier sonst noch irgendwas machen? Roter Vorhang. Was soll das denn? Baut Lonzo eine neue Kaktuspresse? Oder einen schnelleren Shaker? Unmöglich. Er hätte mich sicher um Hilfe gebeten. Natürlich. Ja, sonst kann man ja nicht viel machen. Der arme Lonzo. Ohne mich wird er ganz schön aufgeschmissen sein. Ja, du bist einfach der Held vom Erdbeerfeld. Du, Lonzo. Ja. Ähm, 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 wichtigste Frage zuerst. Bekomme ich einen Schnaps? Kommt drauf an. Begleichst du deine Schulden bei mir? Aber klar. Sobald ich wieder flüssig bin. Du weißt doch, dass ich ein Mann bin, der zu seinem Wort steht. Zumindest bis du ein neues Wort gefunden hast, neben dem du besser aussiehst. Das hast du schön gesagt. Finde ich auch. Okay, bei Lonzo müssen wir wahrscheinlich die Schulden bezahlen. Lang nicht gesehen, Lonzo. Stimmt. Irgendwas Neues? Ach, komm schon. Das hier ist Kuwak. Hier passiert nie was Neues. Tja, ohne mich wäre hier echt tote Hose. Es gäbe weniger Explosionen. So viel steht fest. Schade für euch, dass ich weggehe. Zum Heulen. Hast du von der Fremden gehört? Ja, aber es interessiert mich nicht. Sag jetzt nicht, dass du da mitmischen willst, wenn sich die Idioten gegenseitig den Kopf einschlagen. Ach, du kennst mich doch. Ich bin immer in vorderster Reihe, wenn... Sich Idioten gegenseitig den Kopf einschlagen. Genau. Hast du zufällig etwas, das wach macht? Seit wann bestellst du denn Kaffee? Hast du wieder Tonis Maschine kaputt gemacht? Wie oft muss man dir denn noch sagen, dass es bessere Methoden gibt, um Öl zu filtern? Nein, es geht nicht um schnöden Kaffee. Ich meine etwas, das so richtig, richtig wach macht. Eine Art ultimativen Wachmacher. Lonzo? Alles klar? Okay. Vergiss einfach, dass ich gefragt habe. Ich geh dann mal. Nein, nein. Warte doch. Ich glaube, ich habe genau das Richtige für dich. Oh, oh. Diese Musik. Diese Musik. Oh, Mann. Auf diesen Moment habe ich lange gewartet. Hey, wow. Du hast da Rohre, Tanks, Ventile. Ein, eine, ein Ding. Es ist eine Espresso-Maschine. Aber nicht irgendeine Espresso-Maschine. Dies ist die Mutter aller Espresso-Maschinen. Ich habe sie selbst frisiert. Und ihr Schleifen ins Haar gebunden. Genau. Da bleibt ja nur noch eine Frage. Was genau ist dieses Espresso? Tja, sicher bin ich mir da auch nicht. Ich glaube, es ist eine Art hochkonzentrierter Kaffee. Die Menschen aus der Vorzeit haben ihn getrunken. Ach, und dann haben sie die Maschine zu lange angelassen. Verstehe. Ich habe den Kompressor nach alten Aufzeichnungen gebaut, die ich gefunden habe. Leider waren die Bilder sehr undeutlich. Aber ich glaube, ich habe alle Zutaten entschlüsseln können. Nimm das Rezept, das da vorne auf dem Hocker liegt. Sobald du mir die Zutaten bringst, können wir loslegen. Ich hoffe, ich kann meine Lebensversicherungspolize bis dahin finden. Oh Mann, ich bin so aufgeregt. Was für ein Gekrakel. Aber na gut, ich brauche klares, belebendes und energiereiches Wasser. Das Kaffeepulver muss schwarz, aufputschend und aus heißen Bohnen gemahlen sein. Hm, nichts davon gibt es in Kuwak. Aber halb so wild. Bei meinem Improvisationstalent finde ich bestimmt einen passenden Ersatz. Hm, was soll ich sagen? Das war ganz kurz zurück nach einem ganz kurzen Break. Weil mir eben ein bisschen das Spiel abgeschmiert ist. Aber das Gute ist, das Spiel speichert bei jedem Bildschirmwechsel einfach mal den Spielstand. Das heißt, ich konnte gleich wieder in der Bar anfangen. Das ist sehr praktisch. Gott sei Dank. Und ich habe aus Versehen der gewiefte Zuschauer, das gewiefte Adlerauge erkennt es sofort. Ich habe aus Versehen hier eine rote Decke mitgenommen. Da habe ich draufgeklickt mit links. Eigentlich wollte ich da nur hingehen. Damit Rufus hier genauso steht wie vorher. Und dann habe ich aus Versehen eine Decke eingesackt. Und die sieht dann so aus. Ein roter Vorhang. Ich wollte früher immer Matador werden. Ein lässiger Weltraum-Matador in geheimer Mission. El Matadore! Achso, wir haben noch den Pfeil. Bin schon gespannt, was ich mir dafür einfallen lasse. Bestimmt irgendwas Schmerzhaftes. Und wir haben Los Recipos. So, wir brauchen Muskeln aus dem Fitnesscenter. Wir brauchen Blitze aus dem E-Werk. Wir brauchen eine Lupe. Klares Wasser. Energiereiches Wasser. Belebende Flüssigkeit. Wasser. Heiße Bohnen. Kaffeepulver. Besonders aufputschend. Na, das wird doch easy going. Das machen wir doch im Vorbeifahren. Oh. Lörre. Das einzige, was es auf diesem Planeten zu trinken gibt. Na, von wegen. Zum Glück bin ich immun gegen Werbung. So, und jetzt ein Steak. Oh ja. Oder ein Schnitzel. Ach, mitnehmen können wir es auch. Na, das ist doch super. So, dann haben wir eine Kuh auf dem Schild. Wir haben... Ach, eine Espresso. Lonzo muss sehr lange auf diesen historischen Tag gewartet haben. Hätte er mich mal früher gefragt. Ja, quatsch mir doch nicht immer rein, Rufus. Hier, nimm doch stattdessen die Espressotasse mit. Die Tasse ist noch leer. Mit Betonung auf noch. Ist doch egal. Nimm doch trotzdem mit. Kannste später füllen. So, Lonzo. Ich mach mich mal davon, ne? Der arme Lonzo. Ohne mich wird er ganz schön aufgeschmissen sein. Naja, das macht nix. Der hat ja genug zu tun. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir machen können. Mitnehmen können. Hier vielleicht irgendwas. So, wir haben drei Schrauben im Rücken. Kaffeemaschine. Geschlossenes Fach. Und da kommt wohl das Pulver rein. Ah. Ah, naja. Für später ist das ganz gut. Und hier ansonsten Lonzo und ein Tankdeckel. Das heißt, ich fürchte, wir brauchen auch noch, ja, wahlweise Benzin oder Wasser. Man kann aus beidem Kaffee machen. Der ist dann wohl für das Wasser. Oder für das Benzin. Der ist dann wohl für das Wasser. Oder für das Benzin. Der ist dann wohl für das Wasser. Ach, leck mich doch. So, ich geh jetzt hier zur Gasse und dann... Mal schauen. Was... Hm? Was war das? Ah, die Notfallstation hat wieder auf. Das heißt wohl, dass ich jetzt die riskanteren Manöver auspacken kann. Oh, oh. So, dann würde ich mal gucken. Wir gehen mal... Wir gehen mal in die Notfallstation. Mal schauen. Da können wir uns ja schon mal umgucken und heimisch machen für später, wenn Rufus sich den Kopf von den Schultern reißt. Hübsch. Wieso liegt denn eigentlich die Tante nicht hier? Die Goal... Hebelle... Sonst hier... Arztschrank. Ein Lachgaskontainer. Hm? Der Clown unter die Narkose gasen. Hehehehe. Clowns. Clowns sind gruselig. Niemand mag Clowns. Und Hebel. Hehehe. Gizmo ist nicht da. Das heißt, ich kann unbemerkt mit seinen Berufen spielen. Cool. Ach... Polizeifach. Seit das Altersheim abgesackt ist, lassen Sie mich nicht mehr zur Strafarbeit in die Schrott minen. Vielleicht funktioniert unser Rechtssystem ja doch. Ich überlege gerade, ob der... ob der Gizmo dann auch automatisch umschaltet oder ob das jetzt... Im Schrank sah sie leichter aus. Nur das Büro ist Fußfessel. Seit das Altersheim ab vielleicht? Ja, ja, ja. Nimm doch mal mit. Ach, geht nicht. Äh... Äh... Dietrich. Ich habe ihn da für den Notfall deponiert. Ver... Verdammt! Wir kommen auch nicht ran. Zellengitter. Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Hehehehe. Da. Es hat sich bewegt, als ihr geblinzelt habt. Na gut. Ähm... Ein Baum! Es ist der letzte Baum hier. Hoffentlich geht der nicht auch noch ein. Wo soll ich sonst meine Herbizide testen? Hm... Okay, Polizei... Da ist nichts mehr zu holen. Kann man da reingrabbeln? Da ist nichts mehr zu holen. Okay, da ist auch wirklich nichts mehr drin, ja? Da ist nichts mehr zu holen. Na gut. Ähm... Hebel nochmal runter und dann müssten wir theoretisch einen Feuerwehrmann kriegen. Yeah! Was haben wir denn da? Ein Feuerlöscher. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Nimm es doch einfach mit, dann brauchst du es nicht angucken. Der ist zu schwer, mich mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Natürlich, keine Frage. Asbesthandschuhe. Asbesthandschuhe? Gizmo ist so ein Weichei. Da habe ich aber schon eine kleine Idee für die Asbesthandschuhe. Mal gucken. Feuerwehrleiter, tralala. Äh... Feuerwehrleiter. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Bei dem Stier. Und wir haben hier immer noch die Windschutzscheibe, die dreckige, die wir sauber machen müssen, um den Namen rauszukriegen. Jetzt haben wir einen roten Vorhang. Können wir nicht damit einfach das Geschmiere wegmachen, oder... Ich mein, so ein edler Vorhang aus Seide, was sonst kann man damit machen? Lieber nicht. Mann, stell dich nicht an. Wir haben einen Schwamm. Aber der hat... Da fehlt uns noch Wasser. Das allein reicht nicht zum Wischen. Ich brauche auch noch, ähm, Dingens hier, ähm, Lust und Seife. Ja, also Seife kannst du hier holen. Lust, äh, reden wir später drüber. Wenn die Goal wieder aufgewacht ist, bestenfalls. Hier unten geht's nicht weiter. Und den Stier... Können wir mit dem jetzt irgendwas machen? Hm. Toro! Hey! Toro hab ich gesagt. Hm. Wenn überhaupt hat ihn das nur noch mehr gelangweilt. Ja, dann setz dich doch mal drauf. Du kannst doch nicht einfach nur so rumstehen. Hm. Können wir den vielleicht abschweißen und mitnehmen? Toro! Ja, 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 ja. Mhm, mhm, mhm. Okay, dann kommen wir jetzt wieder raus. Wasser kriegen wir nur. An diesem komischen Schwenkarm, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. Zum Wassertank. Können wir denn da vielleicht... So. Okay. Ähm. Der hat seinen Schornstein immer noch zu. Da hab ich überlegt, ob ich den Feuerwerkskörper da vielleicht reinschmeißen kann. Was ich aber zuerst mal mache, das ist was ausprobieren. Wo ist denn hier? Wo ist denn hier zu Tonys Laden? Zum Dorfzentrum. Ich blick hier noch nicht ganz durch. Zu Tonys Hütte. Sekunde. Wenn wir Asbest-Handschuhe haben und wir haben eine heiße Chilischote, an der man sich die Pfoten verbrennt. Können wir denn vielleicht, äh, folgendes tun? Scheißüberwachungsstab. Jawohl! Jawohl! So, keine Ahnung wozu es gut ist, aber wir haben eine Chilischote, die aussieht wie eine lustige Nase. Tony hatte schon immer einen seltsamen Geschmack, was Blumen anbetrifft. Hm. Ja, was war da mit der machen können, weiß ich auch nicht. Jetzt müssen wir noch, mit dem Schwamm müssen wir noch irgendwie Wasser kriegen. Notrufsäule. Wenn die Bürger von Kuwak um ihr Leben fürchten, können sie hier um Hilfe rufen. Hm. Das hat mir schon so manchen Fluchtplan ruiniert. Aber ich fürchte gerade um mein Leben. Jetzt ruf doch schon. Heißt doch Rufus. 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 Rufus.